Herzlich Willkommen auf meiner Webseite. Ich bin Beate Marder und freue mich, dass Sie sich diesen Video kurz anschauen. Worum geht es mir? Damit Sie mich besser kennenlernen. Ich bin auf der Suche nach meinen Wunschkunden. Wunschkunden kann ich eigentlich nur finden, wenn Sie mich besser kennenlernen und sagen, ja, mit der Frau möchte ich zusammenarbeiten. Was macht mich aus? Meine Werte. Begeisterung. Ich möchte Spaß haben. Ich möchte Projekte haben, die mein komplettes Wissen in Anspruch nehmen, die mich wirklich fordern und wo ich auch Spaß habe. Weil für mich ist Freude am Arbeiten essentiell. Und desto besser wir zusammenpassen, desto größer ist meine Freude, desto besser ist mein Spaß und desto besser kommt auch meine Kreativität zur Geltung. Mein zweiter Wert. Nicht nur, dass ich diese Karten gezeichnet habe, mein Wertekartenset, das Sie auch kaufen können im Shop, sondern man sieht hinter mir, dass ich fotografiere, ich mache einen eigenen Kalender. Viele meiner Social-Media-Posts und Blogbeiträge profitieren auch von meinem sehr, sehr reichhaltigen Fotofundus. Aber das ist ja nur eine kleine Facette meines Tuns. Ich habe ja einen sehr großen Bauchladen und da ist Kreativität einfach essentiell und wichtig. Dieses Vernetzen, dieses On- und Offline, dieses auch diese Begeisterung für das Digitale, für das Virtuelle. Social-Media-Netzwerken, das sind Dinge, die ich ja schon sehr lange mache und die ja auch durch diese Weltoffenheit ausgedrückt werden. Immer schauen, gibt es noch etwas, was vielleicht super reinpassen würde. Neues anschauen, neue Dinge ausprobieren. Out of the Box denken. Kann man Dinge, kann man Aspekte aus anderen Bereichen vielleicht neu zusammenmixen? Das kommt in meiner Beratung und in meinem Coaching sehr stark mit rein. Und dann natürlich Nachhaltigkeit. Ich sitze ja hier jetzt in meinem Büro, in meinem Co-Working. Schon seit 2010 habe ich den wahrscheinlich ältesten Co-Working südlich von München. Also Netzwerken leben, nachhaltig Ressourcen gemeinsam nutzen. Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Mein Wertekartenset zum Beispiel wird auf munter Papier gedruckt. In einer bayerischen Druckerei. Also alles ganz nah beieinander. Und hochwertig, nachhaltig, Ressourcen affiniert. Unabhängigkeit. Unabhängigkeit. Ja, Unabhängigkeit ist auch etwas, was für Sie toll ist. Weil meine Unabhängigkeit hat mich schon sehr früh dazu gebracht, meine Daten und mein Tun virtuell und digital zur Verfügung stellen zu können. Nicht nur, dass ich jetzt ein Video drehe. Ich habe ja auch ein eigenes Videostudio bei mir hier im Büro oder in meinem Co-Working. Sondern, dass ich meine Daten von überall aus bearbeiten kann, dass ich von überall aus arbeiten kann, hilft natürlich diese Unabhängigkeit auch Ihnen zugute zu kommen lassen. Aber was wäre denn meine Begeisterung, meine Kreativität ohne Sie, meine Kunden? Darum, nehmen Sie den Hörer in die Hand. Rufen Sie mich an. Oder machen Sie mit mir eine Videokonferenz aus. Oder noch besser, kommen Sie bei mir vorbei. In Bad Hölz in der Kirchgasse. Schauen Sie mal in meine Co-Working rein. Treffen wir uns auf einen Kaffee oder auf ein Mittagessen. Ich freue mich auf Sie. Melden Sie sich. Ich bin Beate Marder und würde gerne für Sie arbeiten, wenn Sie meine Wunschkunde immer meine Wunschkunde sind. Ich freue mich bei Ihnen. Wenn Sie auch einmalen. Vielen Dank.